Connectivity war das große Thema der IAA 2015. Mobilität der Zukunft, da geht eigentlich nichts mehr ohne Daten. Und bei unserer Recherchereise sprechen wir mit ganz vielen Experten über dieses Thema. Aber jetzt wollen wir wissen, wie gehen eigentlich die Menschen mit ihren Daten um? Wie bereitwillig geben sie Daten raus und vor allem wie intime Daten? Um das zu testen, habe ich heute meine Kollegin Jana Nusser mitgebracht. Jana, du bist heute unser Lockvogel und was kann man bei dir hier so gewinnen? Also mein Motto heute ist, du rufst mir deine Daten und ich gebe dir einen Urlaub. Oh, einen Urlaub, einen Traumurlaub. Also gut, was wirst du wissen? Wo willst du hin? Meer, Berge, Stadt, Meer. Meer ist super. Was möchtest du denn essen? Auf keinen Fall vegan.